Boah, ta. Ach komm, das gibt's doch nicht. Ne, ne, ne. Nicht so, mein Freund. Ja, das hat ja die Software gesagt. Abseits. Mal wieder. Ja, Arang ist mal wieder mit einem Abseits-Tor. Du hast da Haus hoch. Ja. Jetzt soll ich da machen. Der ist im Arsch. Ja. Oh, nein. Oh, Ratenski. Das ist doch ein Megafatzer. Oh, nein. Juhu. Und da ist es. Gönsmin. Reus. Pfosten, Pfosten. Nein, Abseits. Komm, freie Bahn. Bam. So, Baumann, komm. Du hast so viel verficktes Glück. Ja, schade. Wir sind entgegenkommen. Genau, Reus. GENAU. Hab ich aufgemacht. Amiri trifft. Boah. Wir sind Kämpfer. Boah. Boah. Wir sind Kämpfer. Boah. Ha, ha, ha. Juhu. Ha, ha, ha. Boah. Das gibt's nicht. Jeder Schuss drin. Schau, bitte bin ich den Ball. Ja, genau. Schöner Pass. Und trotzdem Ball behalten. Jetzt darf ich noch nicht mal mal foulen. 4-0. Ein Leer mit einem richtig geilen schnellen Hit-Trick. Ja. Pfosten. Wie immer. Ja. Du kannst schießen wie du willst, ne? Ne, Mensch. Oh, ja. Da haben wir noch 6-0. Ach. Da krieg ich ja nichts für. Oh, verpächtig. Wir sind nicht. Jove. Psss. Bam. Wow. Hast du gesehen, soll man 0 reagieren? Ja. Der dachte wahrscheinlich, der geht drüber. Guck mal. Äh, Ball? Wie ist das denn? Oh, sehr gut gespielt. Ja. Oh, super gemacht. Kram her. Oh, super Pass. Oh. So, komm. Dann machen wir eine kuriose Aktion draus. Scheiße. Alter. Oh. Ja, hier kommen wir auch noch mal. Nein. Das hätte doch nicht mal gepfiffen. Mann, Mann, Mann. Schön gemacht. Oh, gut gemacht. Ja. Das wären die Anweisungen. Der Fumm. Köpke. Halte die Tür. Tada. Oh, ist das hier brutal. Ist das hier brutal. Ist das hier brutal. Mann, Mann, Mann. Das gibt es nicht. Abseits. Ja. Woopmen am Abseits. Also, den Titel hast definitiv du. Ja. Oh, ist das hier heftig. Okay. Das war's jetzt. Das zählt Das ist hier brutal, sag ich euch Ja, genau, vor allem machst du es ja selber Ja, natürlich mache ich das selber Oh, 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 Arnold Das war auch wieder typisch Den gönnen wir mal was, den Arnold Oh, guck mal, der Song kommt gut an Also die Masse feiert den Komm, zerfleisch Hä, bist du Das wusste die Software Das wusste die Software, dass hier unfair gepfiffen wird Deswegen hat sie gesagt, du schießt ein Tor Ja, erst mal treffen, ne? Ach, die Loll Das ist ja wirklich, da kann ich mir auch nur an den Kopf fallen Das ist ja peinlich Alter, du hast mir fast die Schuhe ausgezogen Das ist ja wirklich peinlich Ja, da ist er drin Die Software behält wohl recht Es geht los Zu Haida an der Pfeife Ich bin mal gespannt Wie sich Bayern München hier präsentiert Die haben ja bei uns zuletzt ein bisschen geschwächelt, muss man sagen Der Vorsprung ist geschmolzen 1-0 Schöner Beginn Erste Minute Lewandowski Und da ist das 2-0 Ey, ist doch krank Du schießt das zweite Mal erst drauf Der kriegst doch nicht Sonst hätten sie wirkliches Abstiegsproblem So müssten sie sich momentan nur mit Stuttgart Duellieren da unten Lewandowski Ja, das ist 4-0 Schön gespielt Nö 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 Das war auch Nei Neue Mokka hat den kritisiert Ich fand das richtig stark Ich hab jetzt schon Schiss vor der zweiten Halbzeit Wuhu Wegwaltor Der springt unten hoch Ich weiß nicht, was ich da machen soll Ich drücke und drücke und drücke und da springt keiner hoch Ich muss aufpassen, Scheiße Nein Ja, zurecht Ja 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 Haneck Ich brauch mich gar nicht mehr da hinstellen Boah Mann Schade So, jetzt mal mit Tempo Elkestein Abseits Abseits Nö Doch Doch Das ist natürlich immer wieder gefährlich Gommes Haha, da ist er Ich sag gekommen bist Das Der macht den Unterschied Das ist halt der Weltklasse-Spieler Der hat genug Das ist nochmal gelogen Oh 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 Ich hätte abseits gepfiffen, aber wir lassen es mal durchgehen Boah Schöne Grätsche Boah Gut gemacht Oh, Kastro auch nicht schlecht Hier Das ist der Ok Oh Und das ist der und das ist der Typ Mocke, zwei Tore. Ja.